Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sage nur, dass Sie alle gern mit dir schlafen wollen Das wollen Sie nicht? Wollen Sie Das wollen Sie nicht? Wollen Sie Wie willst du das wissen? Weil kein Mann nur mit einer Frau befreundet sein kann, die er attraktiv findet Er wird immer mit dir schlafen wollen Du sagst also, ein Mann kann mit einer Frau nur befreundet sein, wenn er sie nicht attraktiv findet Nein, die wird er genauso gern bumsen wollen Und was ist, wenn Sie nicht mit dir schlafen wollen? Das spielt keine Rolle, der Sex steht dann immer im Raum und die Freundschaft ist zum Scheitern verurteilt Damit ist die Geschichte zu Ende Das bedeutet, wir werden nie Freunde sein Scheint so Zu dumm